Du kannst nicht werden, wer du sein möchtest, wenn du zu sehr an dem festhältst, wer du bisher warst. Um zu wachsen und dein volles Potenzial zu entfalten, musst du bereit sein, deine Vergangenheit loszulassen und Veränderungen anzunehmen. Hältst du an alten Gewohnheiten, Überzeugungen und Denkweisen fest, dann wird dich das an deiner Fähigkeit zur Entwicklung und zur Verwirklichung deiner wahren Selbst behindern. Wenn du zu sehr an deiner Vergangenheit hängst, wird es dir schwerfallen, die notwendigen Veränderungen vorzunehmen. Um zu der Person zu werden, die du in Zukunft sein möchtest, musst du bereit sein, dich vom Vertrauten und Bequemen zu lösen, um das Unbekannte anzunehmen und Risiken einzugehen. Wenn du zu sehr an deinem alten Selbst festhältst, beschränkst du dein Potenzial für Wachstum und Entwicklung. Um zu der Person zu werden, die du wirklich sein willst, musst du dich für neue Erfahrungen öffnen, aus deinen Fehlern lernen und dich von begrenzenden Überzeugungen oder Verhaltensweisen lösen. Sie halten dich nur zurück. Lass endlich los!